Freunde, seid gegrüßt hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für Diego Whitehead. Liebe Zuschauer, liebe Abonnenten und liebe Patienten hier in der Deutschrap-Praxis Nummer eins und ihr seht es schon im Titel. Heute geht es wieder um meinen alten Newton-Freund Jay Suss und Marvin California. Es geht rund um das Synanji-Leak- und Skandal-Video. Ihr wisst, dort haben sich einige YouTuber distanziert oder Rapper oder Influencer von Synanji aufgrund der brisanten Thematik mit der Pädophilie und den Zitaten, was dort gesagt wurde. Und wir hatten natürlich Marvin California auch. Er hat dann im Livestream bei sich auf Twitch hat er sich erstmal distanziert von den Aussagen, was Synanji getätigt hat, hat ihn entfollowed, war ja Synanji auch am folgen und hat halt dann gesagt, okay, das erste ist der mit etwas schwach. Ich warte noch auf ein zweites und bis dahin, ne, lasse ich die Kirche im Dorf und, äh, solange er nichts gesagt hat oder das halt noch nicht bereinigt hat, äh, werde ich ihm erstmal entfolgen. Wenn er es dann wieder bereinigt hat, kann man dann gerne wieder, äh, Gespräche aufnehmen. Ja, so ist es dann, glaube ich, auch passiert jetzt. Nichtsdestotrotz, dynamische Aktion, jeder hat irgendwas gesagt, äh, es wurde auch, äh, ja, etwas zeitlich, ihr wisst ja, Twitch ist man immer live und dann werden die Sachen auf YouTube später hochgeladen. Da ist ab und zu ein bisschen, äh, ja, Kommunikationsprobleme und so weiter. Wir haben jetzt eine Sache, dass sich Jesus, äh, eingemischt hat und da gab's halt jetzt wieder, äh, Sticheleien auf, äh, auf Instagram und so weiter, also Jesus gegen Marvin, äh, Marvin in Richtung Jesus und, äh, Jesus in Richtung, äh, Marvin. Ja, deswegen, äh, ich hab euch das vorbereitet, äh, Jesus hat ein Reaction-Video gemacht, wo Ruth sich dann halt gegen, äh, Marvin California äußert, dass es nicht okay war und so weiter. Und, äh, wie gesagt, ist ein langes Ding, 54 Minuten lang. Wir gehen jetzt nur kurz, äh, auf das Wichtige ein, beziehungsweise, äh, Jesus reagiert dann auf einen Instagram-Post, aber auf diese, äh, lange Statement von Marvin. Denke, das ist so das Wichtigste. Danach kurz auf, äh, Carsten Stahl und, äh, dann sagt er noch ein, zwei Worte, äh, ist ganz gut zu reacten. Ja, ich sag da natürlich ein, zwei Sachen dazu. Wie immer, Freunde, ihr kennt mich. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt California, Carsten Stahl, Lady Bitch Ray, Undercover Fitner. Okay, wir schauen mal rein, Freunde, ja. Seht ihr das? Ah, nein, ihr seht's nicht. Eine Sekunde. Also hier kramt er dann halt noch Marvins, äh, Statement zu Ruth und Synanji, äh, zu der Thematik raus. Hier. Da hat ja dann Ruth das kritisiert und dann, äh, warte mal, wurde Marvin in seinem Stream, äh, in seiner Story die Frage gestellt, was sagst du zu Ruth Schüssen gegen dich? Und dann sagt er, sagt er, Ruth bekämpft gerade Feuer mit Feuer und verrennt sich immer mehr, während das eigentliche Opfer Sinan versucht, nach vorne zu schauen. Ruth hat mit seinem ersten Stream, seinem Bruder auf wunderschöne Art und Weise den Rücken gestärkt, aber mittlerweile ist er derjenige, der die Thematik am Leben hält. Äh, das war ja auch so, also, Synanji hat ja dann das zweite Statement gemacht und, äh, eigentlich müsste ja dann, äh, das Thema durch sein, aber Ruth hat halt dann wirklich jeden, äh, ja, jeder mit einer gewissen Reichweite das rausgefiltert, der auf YouTube was gesagt hat und hat halt seine Meinung noch dazu gesagt, ja, wenn's dann auch ein bisschen zeitverzögert war, aber nichtsdestotrotz hat er ein bisschen auch das Thema am Leben gelassen, ja, oder weiter fortgeführt, weil auf diese Sachen von Ruth haben dann die Reactions YouTuber auch reagiert. Also es wurde dann irgendwie eine Never-Ending-Story, ja, also da, das stimmt ja auch so, das ist ja auch Fakt, das ist auch nichts Negatives, das ist einfach so, ne, da, so hat sich das halt einfach ergeben gehabt. Das ist, ist ja im Prinzip einfach nicht wahr, weil, äh, also Jesus sagt jetzt das komplett was anderes, bin mal gespannt. Soweit ich das zumindest mitbekommen habe, hat ja, äh, Ruth einfach die ganze Zeit bloß reagiert auf Leute, die sich zu dieser Thematik geäußert haben. Das stimmt. Möge mich, äh, gerne jeder, äh, korrigieren, der da was anderes weiß, aber meine Wahrnehmung war, dass Ruth, äh, reagiert hat auf Äußerungen zu seinem Bruder, er hat halt einen Bruder halt einfach verteidigt. Dann schreibt er auf jeden Fall weiter, äh, Sinans erstes Schmutz-Statement in Verbindung und das ist halt so eine Sache, weil ich halt auch von Ruth weiß, wie der Dialog zwischen den, äh, privat war, äh, voller Verständnis für Sinans Situation und das dann mit, mit dem Vokabular zu, äh, zu bezeichnen, das ist Schmutz-Statement in Verbindung mit dem Distanzierend, diverser Leute. Äh, ja, er greift sich jetzt halt auf diesem Wort, äh, ein, ja, Schmutz, äh, ich würde es jetzt gar nicht so auf die Goldwaage legen, also ich finde es jetzt nicht so ein krasses Wort, vielleicht hat Marvin das richtige Wort gefehlt an dem Tag, es war einfach kein gutes Statement, ja, es war einfach nicht, äh, ja, wie sagt man, ergebnisbringend, es war einfach schwach, es war einfach schwach und, äh, das zweite Statement, äh, hat er das auch, äh, dann ein bisschen bereinigt gehabt, ne, äh, wobei ich das zweite Statement jetzt auch nicht so krass oder den Erwartungen, äh, gerecht empfunden habe, aber nichtsdestotrotz war natürlich das zweite Statement besser als das erste und Marvin meinte halt einfach Schmutz-Statement, ja, es hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Jetzt kann man sich natürlich streiten, okay, äh, wie nenne ich dieses Wort, ja, packe ich dieses Wort Schmutz rein, äh, und ich habe mit Ruth, äh, ja, privat, äh, gesprochen gehabt oder das geklärt gehabt, äh, aber man weiß halt nicht, äh, zeitlich, ne, was war zuerst da, was nicht und, äh, wie gesagt, man kann sich jetzt natürlich auf jedes Wort irgendwie auffängen, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wie halt Jesus das jetzt hier macht. Äh, suggeriert halt die ganze Zeit etwas und, und offenbart meiner Ansicht nach eine Art und Weise, die ich einfach überhaupt nicht begrüße, bei all dem guten Content von Marvin, muss ich trotz allem... Naja, also, äh, wenn es jetzt irgendwas suggerieren soll, was Negatives, äh, so schätze ich das gar nicht ein. Ich schätze ein, dass vielleicht, äh, Jesus mit Marvin vielleicht in der Vergangenheit ein privates, kleines Problem hatte und deswegen dieses Wort Schmutz jetzt auf die Goldwaage gelegt wird oder, äh, er, Jesus, das ein bisschen auch, äh, etwas Persönlicher aufnimmt für Ruth, ne, da kann es vielleicht auch dran liegen, ne. Ich muss sagen, mit dem Distanzieren diverser Leute wie P.A. oder Manuel haben ein sehr schlimmes Licht auf die Situation gewerfen, da ich nicht im Urlaub mit irgendwelchen Fußballern war, habe ich mich im Stream so gut es ging zu der Thematik geäußert. Merkt ihr, was ich meine? Was da mitschwingt? Ich weiß nicht, ob Ruth das merkt, aber ich merke, dass, wer, ich war nicht, also ich war nicht im Urlaub mit irgendwelchen Fußballern. Das... Ja, auch dieses Nachäffen, ne, ist jetzt auch nicht so, äh, korrekt, aber, äh, ich war nicht, äh, wusste ich das, ich, da ich nicht im Urlaub mit irgendwelchen Fußballern war, habe ich mich im Stream so gut es ging zu der Thematik geäußert. Also, da, hier kann man einfach rauslesen, ihr wisst, äh, äh, Ruth war ja, äh, mit Du Maroc von, äh, in Kooperation mit Dessen oder Dassen, wie die heißen, dieser Sportkanal, der hat Ruth und Du Maroc eine Frankreich-Reise gesponsert, wo die halt bei Monaco waren, Paris und so weiter. Dort haben die halt Fußballer getroffen und mit denen chillen durften oder Kabine und so weiter, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und, äh, das ist ja Fakt, Ruth war ja dort, ne, Ruth war ja dort, das hat er ja dann auch in seinem Twitch-Stream gesagt und konnte sich auch nicht sofort äußern. Also, Ruth konnte sich nicht direkt Tag 1, am Tag 1 äußern. Er konnte etwas warten, beziehungsweise er musste warten, weil er im Urlaub war, weil er sein Equipment nicht hatte, weil er erstmal in Deutschland hier alles checken musste. Aber Leute wie Manoelsen, Leute wie Ruth, äh, Leute wie Manoelsen, Leute wie Marvin, äh, die im engeren Kreis, PA, Flair, die mussten schnell agieren und reagieren, weil die ganze Szene nur darüber gesprochen hat, ja. Und, äh, warum hätte man hier warten sollen? Also, das verstehe ich nicht. Weil bei, bei keiner anderen Sache wartet man auch, ja. Wir leben einfach in der schnelllebigen Zeit. Bei Bushido hat man nicht gewartet, bei diesem Hotel-Video mit dieser Teenagerin. Ähm, bei K1 hat man nicht gewartet, ja, wo er von ganz Deutschland Hurensohn genannt wurde, gedisst wurde, Leben und Tod von Kenneth Glöckler. Er ist ja von Arafat abgehauen und so weiter. Oder von Bushido hat sich ja getrennt. Und direkt wurde er abgestempelt als 31er. Und heute weiß man, dass, äh, sehr vieles nicht, äh, gestimmt hat, ja. Und dass, äh, er mit den Sachen, die er gesagt hatte damals, äh, in manchen Dingen, äh, zu 100% Recht hatte, ja. Und da wartet man auch nicht, ne. Das ist immer so die Doppelmoral, die, äh, leider, äh, in jedem Menschen steckt. Das betrifft auch mich. Man muss, äh, wir leben einfach in so einer dynamischen Zeit. Da vergisst man auch eine Sachen, einige Sachen. Aber, ja, Internet kann halt immer wieder vieles, äh, rauskramen, ne. Und, äh, ja. Ist halt ein schwieriges Thema, ne. Ihr wisst auch, Freunde. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, also im Prinzip genau das Gleiche, was in, äh, Roos Streit auch, äh, äh, passiert ist. Dieses, das ihm vorgeworfen wird, ähm, ja, du warst im Urlaub mit Fußballern und hast dich einen Scheiß gekümmert. So, als ob Roos wissen konnte, als er diesen, ich weiß nicht mehr, ob das ein Urlaub war, aber es war wohl irgend so eine Aktion zusammen mit Dazen oder sonst irgendwas. Der war ja da mit Dürr Marock zusammen. Als ob der das, als er diesen Trip angetreten ist, hätte wissen können, dass diese Sachen passieren, äh, diese Sache passieren wird. Naja, äh, das hat auch keiner behauptet. Ich denke Marvin auch nicht. Das wusste natürlich keiner, äh, dass sowas passiert. Und Roos, äh, zu 100% auch nicht, dass sowas passieren wird. Also hier steht im Text auch nichts davon, dass Roos, äh, es wusste, dass sowas passiert und dann mit Fußballern chillen gegangen ist. Das hat ja keiner gesagt. Also, Jesus definiert das hier ein bisschen, ein bisschen anders und falsch. Leider. Also, was genau versucht man hier durch die Blume zu vermitteln? Was soll das denn heißen? Wo, 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 wozu, wo, wo, wohnt, äh, 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 verwendet man diesen Tonfall? Was will man damit erreichen? Was versucht man dem Leser dieser Story damit zu vermitteln? Ich, ich, ich sag es euch. Man versucht, Roos zu diskreditieren. Ganz einfach. Man versucht, Roos finde ich nicht, also ich bin neutral zu Marvin, ich bin neutral zu Ruth, ich feiere Ruth, ich habe mir früher die Was-Los-Folgen mit Flair und so weiter alles angeguckt ich feiere Ruth ja wirklich als Journalist als Hip-Hop-Typ und so weiter er ist mir sehr sympathisch und auch so, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen und ich lese hier nicht raus, dass Marvin Ruth irgendwie ja, hinterschwellig irgendwie hier von oben herab beleidigen will, ja, oder für den Leser das irgendwie so rausfiltern will. Ich weiß nicht, was Jesus mit Marvin, was für ein Problem die in der Vergangenheit hatten, größeres kleineres, keine Ahnung, aber das ist ein bisschen auch voreingenommen, was Jesus hier mit Marvin macht also ich lese als normaler Konsument diesen Text von Marvin, habe ich auch damals gemacht vor einigen Wochen einfach auf Instagram und habe danach nicht gedacht ey, der beleidigt hier Ruth oder so, mir war Marvin Statement wichtig, ne ich habe da jetzt nicht gelesen ey, Ruth wird hier defamiert oder so, ne Ruth in irgendein Licht zu rücken warum auch immer vielleicht, weil man einfach nicht erträgt dass er kritisiert das ist ja das Ding diese Story kam ja nachdem Ruth Kritik an Marvins Verhalten geäußert hat ja, wichtiger Punkt natürlich, sehr wichtiger Punkt äh, äh, und es erscheint mir so als möchte man einfach Kritik unterbinden ganz einfach weil nichts anderes hat Ruth ja gemacht er hat ja nicht unsachlich Marvin jetzt einfach so angegriffen sondern einfach Kritik an dessen Verhalten äh, äh in den Tagen und Wochen nach diesem, äh, nach diesem äh, äh, diesen Release von diesem zusammengeschnittenen Video ähm, ähm und das ist legitim er ist nicht kann er ja auch, ne ist auch völlig legitim keiner spricht das Ruth ab die kennen sich die Szene ist klein ruft man an klärt man das oder oder schreibt auf Instagram aber dann hat doch Marvin auch das Recht das öffentlich äh, wiederzugeben ja, egal mit welchen Worte er benutzt das ist seine Community ist seine Künstlerfigur und, äh, der kann das doch machen wie er will wenn die das im Hintergrund auf respektvoller Art geklärt haben mit Ruth äh, sehe ich hier eigentlich nichts nichts, was, äh was hier irgendwie fraglich sein soll, ja nicht unter der Gürtellinie beleidigend geworden oder sonst was jetzt wird hier äh, äh, hinzugezogen irgendwelche Rahmenbedingungen dass Ruth auf einem Fußballertrip war und da wird das Statement äh, ähm wofür man am Anfang äh, was für ein Fußballertrip da steht da ich nicht im Urlaub mit irgendwelchen Fußballern war habe ich mich im Stream so gut es ging zu der Thematik geäußert ja, das habe ich ja gesagt nach Tag 2 nach Tag 3 oder so, ne war der Livestream die Community hat Druck gemacht von, äh von Marvin die ganze Szene war damit voll am Reden und so weiter und er musste Stellung beziehen er konnte nicht einfach im Stream chillen und so tun als ob nichts da war ne ich hab wenn ihr euch die Chats da reinzieht bei mir waren auch überproportional mehr Leute im Livestream als sonst ja, da stand nur Meinung zu ziehen und da muss man Stellung beziehen und Roos war in der Zeit mit Fußballern unterwegs mit The Zone und Dumai Rock ja, er meint das doch hier nicht abwertend ich lese das hier ganz normal durch also runter Verständnis hatte dass es halt aus der aus der Verzweiflung Jesus macht nämlich das gerade was er Marvin vorwirft dieses durch die Blume jemanden erniedrigen wollen oder beim Leser dieses Zeug erzeugen oder dieses negative erzeugen Jesus macht in seinem Livestream gerade genau das was er Marvin hier im Instagram Post vorwirft die Jesus Zuschauer lesen diesen Text jetzt gerade anders mit Jesus Emotionen und fassen hier alles negativ auf und Jesus spricht für die ja, ist ein bisschen ja, ist ein bisschen komisch mit anzusehen sage ich euch echt ehrlich wie es ist Freunde Flung heraus als Kurzschlussreaktion gemacht jetzt ist das ein Schmutzstatement und jetzt war er im Urlaub mit irgendwelchen Fußballern das ist ja ganz klar man versucht einfach erstes Statement war scheiße muss man sagen das war scheiße das weiß auch Sinan selber das hat er auch selber schon gesagt auch in seinem Statement die Glaubhaftigkeit und vor allem auch die Sympathie für für den der für für die für die Person die einen kritisiert zu zu runterzuziehen negativ zu machen und somit natürlich auch dann im Umkehrschluss die Kritik zu zu diffamieren ganz einfach na seh ich anders seh ich anders was schreibt er da weiter noch äh ja da ich nicht im Urlaub war hab ich mich so gut es ging zu der Thematik geäußert nach Sinans zweiten Statement und diversen Nachrichten zwischen ihm und mir haben wir uns wieder gegenseitig gefolgt und alles ist gut zwischen uns genau das ist es genau das ist es genau das ist es der liest doch gerade selber vor ich hab's doch gerade in meinem intro gesagt ja es musste Stellung bezogen äh er musste Stellung beziehen weil der Druck einfach so hoch war von der Community und von den Zuschauern dass Marvin sich äußern musste und er hat sich klar distanziert von diesen Zitaten von der von Video von alles was Sinan dort gemacht hat und er hat in seinem Statement gesagt ich weiß nicht ob du das gesehen hast er hat gesagt bis sich die Sache beruhigt wir warten Sinanjis zweite Statement ab dann kann man nochmal über die Sache reden dann kann ich auch nochmal folgen Freunde bis dahin distanziere ich mich so und mehr nicht dass das von Roos nun Tage später wieder im Stream thematisiert und dann noch auf YouTube hochgeladen wird finde ich schade weil wir da auch schon privat darüber geredet haben und er meine Beweggründe scheinbar verstanden hat naja aber also so wie ich das mitbekommen habe hat Marvin die Beweggründe auch verstanden und dass Reactions im Nachhinein auf YouTube hochgeladen werden und somit auch eine gewisse Verzögerung zeitlich hier gibt es natürlich eine Zeitverzögerung sagt auch Jesus selber ja gut hier kann man nicht viel spekulieren und machen da muss man halt wissen okay was wurde im Hintergrund gesprochen Jesus sagt die haben sich vertragen er hat wohl mit Roos gesprochen der Jesus und er weiß halt von Insiderwissen dann ist doch eigentlich alles gut dann ist ja bis jetzt alles legitim so wie es gelaufen ist da ist ist ja vollkommen verständlich und ich weiß auch nicht wo das Problem ist wenn diese Reaction online gestellt wird weil wie gesagt Roos ist ja auch nicht beleidigend geworden unter der Gürtellinie ist ja nicht Marvin auch nicht alles respektvoll Marvin ist auch nicht beleidigend geworden ich weiß nicht wo Marvin hier jemanden beleidigt engen freunden wie PA und Flair wird das entfolgen verziehen aber einen neutralen berichterstatter nicht so auch interessant an dem satz ja was ist dann interessant an dem satz man PA und Flair haben entfolgt denen wird es verziehen einen neutralen berichterstatter nicht das lustige ist aber dass sich diese engen freunde neutral verhalten haben sie haben zwar entfolgt ich kenne die Rahmenbedingungen nicht was will er mir jetzt erzählen dass Manuelsen sich neutral benommen hat ich habe von denen keine weiteren statements gehört in denen sie erklärt haben diese äußerungen sind ekelhaft und was oh mein gott alter Manuelsen war doch der erste der gesagt hat dass es ekelhaft ist dass er sich als Familienvater davon trennt und so weiter das kann doch nicht dein Ernst sein Jesus hast du überhaupt die Sachen geguckt PA Sports bin ich ehrlich habe ich mir nicht angeguckt da bin ich gar nicht in der Thematik aber bei Manuelsen war ja wirklich das Brennglas unter der Lupe und äh ja da hat ja auch Manuelsen gesagt ich trenne mich und er hat gesagt das hat sich ja klar getrennt Freunde und er sagt gerade dass Manuelsen das nicht nichts gesagt hat dass Manuelsen neutral war ja was hat Marvin da gesagt er muss sich die ganze Szene von distanzieren und 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 ja natürlich ich stand Pädophilie im Raum natürlich muss ich die ganze Szene davon distanzieren ich stand im Raum wie gesagt und danach sind ja die Leute wieder gefolgt nachdem die Sache sich beruhigt hat ist ja völlig menschlich ist doch völlig legitim so er hat diese Sachen gesagt also war er in dieser Sache ja dann nicht neutral weil er zumindest ein Stück weit eine gewisse suggestive Vorverurteilung definitiv betrieben hat er hat also er wirft hier Marvin wirklich ein Unterton ja also er wirft Marvin ein Unterton vor dass er irgendwie spricht aber mit einem Unterton es nicht so meint und die andere Person im schlechten Licht dastehen will in diesem Fall Sinan oder Ruth ist sehr schade das hätte ich wirklich nicht gedacht von Jesus dass er wirklich so eine Meinung hat jetzt hier gerade es ist ich kann es gerade voll nicht verstehen ja mit dem Hinblick auch mit Manuelsen und so weiter der war doch der schlimmste mit der größten Reichweite mit der krassesten Meinung der Sinan G wenn jemand ihn diffamiert hat dann war es Manuelsen Freunde und keiner anderer er hat es in seinen Statements teilweise ausgeblendet oder nicht erwähnt dass da Schnitte zwischen diesen Sätzen sind er hat diese Sätze als ekelhaft ähm äh hat er dieses Statement nicht geguckt Jesus ich frage dich jetzt hast du das geguckt oder nicht ich hab ich hab mir das angeguckt ich war sogar live im Stream bei Marvin er hat gesagt das Video ist geschnitten natürlich muss man danach gehen und so weiter er hat aber die Zitate erwähnt die habe ich auch in meinen Reactions erwähnt die Zitate die müssen aufgeklärt werden ja dass das Video geschnitten ist dass das Video Sinanji nicht positiv zeigt das ist uns allen klar bezeichnet obwohl die nur in diesem zusammengeschnittenen Kontext ekelhaft sind ich wünsche alter willst also er meint jetzt hier wirklich die Zitate sind nur in diesem Kontext ekelhaft ja das was gesagt wurde ich möchte jetzt nicht die Sachen wiederholen du spielst mit meiner bla 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 und ihr wisst was alles vorgefallen ist das sind schmutzige Sachen Freunde das sind ekelhaft egal in welchem Kontext man das sagt also mir ist sowas fremd ja und natürlich gibt es Leute das möchte ich auch nicht abstreiten jeder soll machen wie er will aber ich darf auch sagen dass ich sowas ekelhaft finde ja ganz klar normal Bushido lacht sich tot er hat bestimmt auch schadens ist auch schadenfroh schadenfroh genauso wie Ruth auch schadenfroh ist wenn mit Bushido irgendwas passiert wenn im Gerichtssaal irgendwas geleakt wird das mit der Tonaufnahme was Arafat angeblich von Bushido hat ja mit irgendwas hat nicht stattgefunden der Flaschenwurf oder irgendwas ich weiß jetzt nicht mehr was da hatten wir auch reagiert da wartet auch keiner bis im Gericht gesagt wird diese Tonaufnahme ist nicht echt da kommen sie direkt alle aus dem löchern und berichten Bushido hat gelogen neue Tonaufnahme da wartet auch keiner 2 3 4 alle Reactions YouTuber knallen dann ein Video raus ich glaube wir hatten auch eins gemacht aber auf neutraler Basis aber du hast auch in diesem Feld natürlich auch Leute die nicht so neutral berichten die auch gegen Bushido schießen wollen und die nicht warten möchten das hast du einfach in jedem Bereich und das jetzt Marvin vorzuwerfen dass er nicht gewartet hat ist wirklich ganz schwach also ich würde hier von 100 Punkte geben ganz schwach schade hätte ich nicht erwartet von Jesus wirklich hab mir immer mehr gedacht dass er irgendwie bedachter ist bisschen sich halt die Sachen klüger darstellt analysiert und so weiter das war jetzt ein bisschen schwach muss ich sagen muss ich sagen muss ich ehrlich sagen tatsächlich für Marvin weil ich Marvins Content gut finde aber die Sache wie er also zwei Punkte in meinen Augen sind da einfach absolut Kritik würdig und zwar erstens wie er sich geäußert hat nach dieser Sache war einfach nicht schlau und auch nicht hilfreich für für Ruth und seinen Bruder und zweitens wie er danach mit der darauf folgenden Kritik warum soll denn das jetzt an Marvin festgemacht werden es hat sich doch jeder geäußert ja ich glaube den größten Schaden hat Manuelsen gemacht oder andere Leute aus dem Umfeld Marvin ist ganz normaler Berichtserstatter etwas neutraler gegenüber von Manuelsen oder PA Sports oder andere Leute die sich im näheren Umfeld über das Leak Video geäußert haben und da machen wir jetzt nicht bei Marvin das Ding fest russ 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 sich auch nur ganz kurz über Marvin geäußert bei russ ging es auch immer mehr um manuelsen und so weiter russ umgeht finde ich schwach und ein öffentlich spitzen senden und dann privat immer beschwichtigen das feiere ich einfach null prozent bei aller liebe feiere ich null prozent kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen dass Marvin privat und geschäftlich eine ganz andere linie fährt ihr wisst wie das ist manchmal als künstlerfigur als marke als Marvin california ja oder ich als dirgo white äußere und benutze meine worte auch anders als ich jetzt meine privatperson bin ja ich renne auch nicht durch die gegend als privatperson und nenne hier jeden patienten oder benutze manche schimpfwörter oder keine ahnung und benutze andere vokabeln als künstlerfigur und auch als privatperson und natürlich rede ich auch mit menschen im privaten dann natürlich mit einem anderen ton und auch anders und aber mit klar auch mit einem harten geschäftston dann in der künstlerfigur denn da mache ich mein ding da hat selbst auch Marvin gesagt wir sind hier nicht da um best friends zu werden mit irgendjemandem oder Freunde zu werden ein Bund fürs Leben zu machen sondern jeder macht sein Ding jeder guckt wie er da am besten rauskommt wie er seine vorteile nutzen kann und trotzdem kein krieg anzufangen man kann ja allianzen gründen man kann waffenstillstand haben aber man muss keinen krieg machen ja und ja auch schwaches argument von jesus privat so geschäftlich so fühle ich auch nicht gerade also ist auch schwaches argument wenn ich da jetzt gerade so weit ausgeholt habe aber ja also hätte ich so nicht eingeschätzt den jesus bin ich ehrlich da würde mich echt interessieren wie ruse darüber denkt hat er doch gerade gesagt hat er doch gerade gesagt wie er es findet können wir das auch zusammenschneiden damit es auch mal auf youtube ist weil ich habe dieses beispiel schon ein paar mal gebracht folgende situation was schief gelaufen ist in der chronologie was kann alles schief laufen wenn einer nicht amsen will ich glaube die szene mit carsten stahl hatte ich gesehen da ist auch sehr schwach was jesus sagt wenn so ein video kommt was läuft alles schief pass auf das video kommt raus pass auf dann kommt lady bitch ray auch ja gut die dame jetzt carsten stahl vom icc-klo der konnte das nicht boah carsten stahl bitte man sieht schon jesus war sowieso schon genervt von carsten stahl und er hört jetzt diesen namen und sagt boah und so weiter vielleicht einen tag abwarten und vielleicht die situation besser einzuschätzen der geht mir auch so auf die eier also warum soll man denn abwarten carsten stahl hat auch in seinem statement gesagt wenn das denn so wahr ist wenn das denn so wahr ist sehr oft ja zum gegen ende her wenn das denn so wahr ist was du gesagt hast und wenn das alles stimmt mit der pädophilie dann musst du deinem mann stehen machen statement jetzt und sofort und klär uns auf das hat er gesagt er hat doch nicht Sinan verurteilt niemand hat Sinan verurteilt niemand hat Sinan G verurteilt ja und das checkt Jesus hier gerade nicht weil er halt emotional an dieser Sache ist ich weiß nicht warum wenn er hier so gefallen will und Ruth natürlich der Bruder von Sinan G ihm kann man wirklich keinen Vorwurf machen Freunde Familie geht über alles er verteidigt halt mit allen Mitteln Freunde obwohl auch bei Ruth manche Dinge eigentlich ja wie sagt man doppelmoralisch ist weil er halt auch der Erste ist der dann in Richtung Bushido schießt wenn es um Tonaufnahmen geht und so weiter da wartet auch keiner bis ein Gerichtsurteil stattgefunden hat oder Bushido sich geäußert hat aber das ist auch kein Vorwurf das ist auch nicht negativ gemeint selbst wir berichten ja auf neutraler Basis aber that's business wenn keiner sowas machen könnte oder machen würde dann könnte man auch ja direkt einpacken und gar nichts machen so ist das Geschäft das ist auch akzeptabel aber alles mit einem gesunden Maß Freund er hat sogar in seinem Statement gesagt aber nein er muss direkt vom ICE Klo die Klicks mitnehmen hör auf erzähl mir nicht es geht hier um die Sache auch wenn ich immer denke das ist eine gute Sache aber immer mehr und mehr denke ich benutzt die gute Sache nur ja gut auch so jetzt Carsten Stahl anzugreifen mit Klicks und Klick geiler und so weiter ja gut man spricht auch seit Monaten nur über das Bushido Thema das bringt natürlich auch Klicks wir sitzen im Endeffekt alle in einem Boot ja und jetzt halt mit Sachen Leute zu bewerfen dass man selber macht feier ich nicht da muss ich wissen auch wie gesagt wenn ich Bruce mag ich mag ihn wirklich ich habe wirklich alle was los wollen geguckt und so weiter mit interessanten Personen kenne ihn seit der Hiphop Zeit und bei gewissen manchen Dingen bin ich halt nicht der Meinung aber das ist auch Legitim Freund Lady Bitch Ray hat das gemacht und Marvin hat auch was haben die gemacht und zwar die sind hingegangen haben das Video nicht gezeigt haben aber dann folgendes gemacht Video kann man nicht zeigen weil man halt gesperrt wird Video kann man nicht zeigen Marvin und Carsten Stahl haben dann gesagt sehr sehr dramatisch sehr dramatisch folgende ekelhafte Sätze wurden gesagt so du hast damit schon den Boden gelegt wie kann man jetzt was anderes hören wenn man jetzt sagt ja aber der Boden wird bei jedem Ding gelegt genau wie jetzt bei Jesus über das Marvin California Thema gesprochen hat wurde auch der Boden gelegt und dann wie kann er dann wie kann der Zuschauer dann jetzt noch Marvin sympathisch finden als Jesus Zuschauer wie gesagt das macht eigentlich fast jeder Reactions YouTuber der sein eigenes Ding macht der seine eigenen Sachen vermarkten will das ist einfach Geschäft jeder versucht halt das Optimum von seiner Person raus zu holen dieser Vorwurf ist jetzt ein bisschen auch nicht stark finde ich wie kannst du jetzt du bist schon du bist schon vor verurteilt so dann stimmt auch nicht also wie gesagt ich habe da Sinanji auch nicht vor verurteilt ich jetzt von Lady Bitch Ray kenne ich nicht aber von Carsten Stahl kenne ich das Video und da ist mir jetzt nicht so hängen geblieben folgende Sätze hat er gesagt ich habe einfach ganz normal das Video geguckt also hier wird dann auch dramatisiert ja Freunde das ist halt schade bei jedem dann kommen die Sätze dann haben die die Sätze und bei Lady Bitch Ray die hat das sogar auf Twitter getippt geschrieben das geschriebene Wort jetzt muss man sagen wenn und das habe ich sehr oft gelesen bei den Leuten sehr oft viele Leute haben geschrieben ich habe das Video nicht gesehen aber das ist voll ekelhaft wenn du das Video siehst dann hast du vielleicht noch eine minimale Chance wenn dein Geon funktioniert dass du vielleicht zweimal dreimal siehst und dann denkst du hier geht es noch um Carsten Stahl ich warte bis Jesus redet Marvin von dem Bruce redet haben wir doch hier reagiert auf Twitch das VOD ist jetzt leider schon gelöscht weil es über zwei Wochen her ist und erstens was hier gesagt wird ist ekelhaft und er hat doch auch gesagt ja aber wer sagt schon Kleine Wer sagt Kleine zu einer Frau und so also da hat er schon beigetragen im Bewusstsein oder Unterbewusstsein des Zuhörers zu kratzen an der Unschuldsvermutung von Sinan weil da wurden einfach Zweifel gelegt ja ja wer sagt wer sagt wer sagt denn schon Kleine er wirft hier jetzt auch Carsten Stahl das vor was er Marvin vorgeworfen hat dieses Unterschwellige zu einer Frau wer sagt denn sowas so das sind ekelhafte Sachen die da gesagt werden Schmutz Statement das sind doch allesamt Sachen wie gesagt also das ist halt das gleiche dann wechseln mal die Szene er wirft dann halt quasi Carsten Stahl auch das gleiche vor was er halt Marvin vorgeworfen hat ich weiß nicht inwiefern er noch im Kopf die Erinnerung hatte was Carsten Stahl gesagt hat weder Marvin weder Carsten Stahl hat Sinan G verurteilt sondern die haben halt gesagt bitte alles gerade bügeln im zweiten Statement und bis dahin sind wir halt enttäuscht sehr 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 enttäuscht von Jesus wie gesagt er hat er hat gegen Marvin irgendwas in der Vergangenheit gehabt oder da ist irgendwas vorgefallen wir wissen es nicht Freunde aktuell ist es halt wirklich am dampfen der Hase ja ich glaube er hatte noch eine Instagram Story gemacht aber das ist jetzt nicht so wild Freunde ja schreibt es mir gerne mal unter die Kommentare was ihr so von dieser Thematik haltet ich denke das ist eine gute Zusammenfassung geworden gute Analyse ansonsten aktiviert die Glocke lasst ein Abo da lasst ein Like da und ich würde sagen danke für den Push und wir sehen uns einfach Diego White mäßig im nächsten Video das war Diego White Bang Bang Freunde Ciao Ciao